Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Live in the Woods. So, wir, können wir das ernten? Nö, noch nicht. Wir werden heute einen Waldspaziergang wagen, würde ich vorschlagen. Und vielleicht finden wir ja auf dem Weg ein Schäfchen an. Die Schere haben wir mit, das wichtigste Utensil. Das brauchen wir ja, die Ranken packe ich weg. Das brauchen wir ja um, 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 um dem Schäfchen seine Wolle wegzunehmen. Jo, wir sind da ganz beinhart. Das machen wir einfach so. Ich glaube, ich werde auch das Holz dabei mal wegtun. Packen wir es da rein, ist glaube ich besser. Das Holz ist ja schon einmal weg da. Zu essen haben wir... So, mein Hals, Entschuldigung. Holz haben wir ja ein bisschen. Es müsste theoretisch so passen. Äh, vielleicht nehme ich die Spitzhacke da mit. Die bessere. Für den Fall der Fälle, dass wir rein zufällig irgendwo in ein Loch reinfallen und uns das Knick brechen. Nein, nein. Ins Loch reinfallen und vielleicht eventuell auf irgendwas Wertvolles stoßen tun. drüben. Sie hat stoßen gesagt. Jaja. Und... Ich mache einfach mal. Wir... Wir maschinen los. So. Das Schwertelein wird ausgerüstet. So. Entschuldigung fürs Leck, Leck, Leck. Die Welt lädt schon wieder. Und ich glaube, der Wald war irgendwo da rüben, ne? So. Da, da. Und so. Und so. Und so. Und so. Weil vielleicht finden wir ja neue Pilze. Warte, ich... Ich mache mal kurz. Ähm. Besser? M-m. 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 wie Schleim. Jetzt ist, glaube ich, ruhig. Lululuk, luluk, 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 luluk. So, haben wir alles. Schaut gut aus. Ja, wie gesagt, vielleicht finden wir Gemüse an oder sonstige tolle Sachen. Wo war eigentlich immer mein Aufgang? Hier drüben. Naja, der nächste Schleim, den will ich fast nicht kaputt hauen, weil ich Angst habe, dass ich das Huhn erwische, aber das Huhn ist gerade auf die Seite gehüpft. So, blub, 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 blub. Na, du kleiner Schleim. So, weg mit dem Schleim. So, blub, 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 blub. So, Schleim kaputt. So, weg, weg, weg. So, gehüpf. So, lästiges Getier, echt. So, blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Da, du bist auch weg. So, blub, 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 blub. Nochmal. Das ist so lästig, dass die sich so aufteilen können. So, aber jetzt haben wir Ruhe. Oh, ruck. Raus hier. So, dann gehen wir mal wieder hier rauf. Servus, Händel. Ja. Da, 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 da. Das ist nur die Blume, ne? Ja. Äh, was hab ich, was ist da, äh, was? Schaufel. So, Schaufel. Schaufel, Schaufel. Schaufel. Jawohl. Okay, das ist nicht der richtige Weg gewesen. Hoppala. Pff. Hm? Wo geh ich denn lang? Naja, ist ja wurscht. Ist ja egal. Was haben wir hier Schönes? Schwertfahn. Einen Haufen Blumies. Da drüben wäre ein Stück Salz und ein bisschen Kohle, Kohle. Oh, die Rank ist ja hübsch. Mit Blumies. Her, schnipp, schnapp. Du bist an der Reihe. Hi, wo ist denn die hingefallen? Hallo, da. So, warte. Ja, kaka, kaka. Jo, jo, jo. Ich nehm nur mal die Ranken mit. Jo, bist ja ein ganz liebes Hüllchen. Jo. So. Das hier nehmen wir auch mit. So, blub, 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 blub. So, blub, 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 blub. Und dann hätten wir das auch. Dann... Äh, was haben wir denn da? Was bist denn du? Honigwolfsmilch. Das ist jetzt auch nur eine Zierpflanze, ne? Wird's schon wieder dunkel? Ich werd narisch. Es wird schon wieder dunkel. Ich nehm noch schnell ein paar Ranken mit. So. So. Und so. So. Nicht zu viele. Das reicht schon. Wir können die ja selber noch machen. Was haben wir denn hier? Das ist wieder eine Blume, oder? Bist du eine Blume? Äh, nicht das. Das war Honigklee. Da bin ich jetzt aber gespannt. Was ist ein Honigklee? Blumen. Natürlich. Was sonst? Oranger Farbstoff. Alles klar. Blümchens. Da noch mehr Blumen. Ja, ich wollt... Ui, blau. Schau mal. Blaue Ranken. Uhu. Die nehmen wir auch noch mit. Ui. Ui. Geht das grad schleppend? Ach du Heilige. So. Ups. So. Zack. 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 Jawohl. Das, glaub ich, reicht schon mal. Ein paar blaue Blümchen noch. Supi. Blaue Ranken meine ich. Blaue Blüten Ranken. Boah, warte mal kurz. Das ist grad übel. So. So. Na, mach. Und fertig. Äh, zurück. So. La 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 la. Okay, es wird grad nicht besser. Pff. Weil alles lädt. Laden, laden, laden. Da wollte ich doch nur ein Schaf haben. Ist das Dom jetzt auch ein Huhn? Ich glaube, ne? Schäfchen, Schäfchen. Wo bist du? Ich bin verhungert. Nicht schon wieder. Ich hätte so gern irgendwie eine kleine Warnung. Achtung. Du stirbst gleich. Irgend so was hätte ich gern. Wieso muss ich immer hier sporen? Ach, leg mich doch einmal. Das ist ganz gut. Das ist fix. Ach, Meno. Jetzt bin ich so... Hm. Dieser Hunger macht mich wahnsinnig. Echt. Pff. Ne? Mäh. Wenigstens eine kleine Warnung. Irgendwas. Was leuchtendes. Blinkendes. Kein Mensch schaut da runter beim Essen. Ich halt nicht. Das kostet wieder eine wertvolle Zeit, ey. Ach, so ein Dreck. Jaja, ich bin ja wieder selber schuld. Es ist ja... Es... Ja. Wo ist jetzt eigentlich mein Grabstein? Ich glaube, irgendwo da drüben. Mann, ey. Wie peinlich. Ihr kriegt echt keine Folge hin. Keine einzige Folge schaffe ich es zu überleben. Alter Schwere. Es geht aber auch so schnell. Du klatschst einmal wo drauf und sie ist wieder am Frecken. Lauter Hunger. Wahrscheinlich, weil der Rucksack schon voll ist mit lauter tollen Sachen. Ja. Jetzt natürlich geht es wieder mit dem scheiß Leben nicht. So. Jetzt aber. Mann, ey. Wie kacke. Kann ich wieder da rüber laufen? Ich glaube, das war jetzt hier. Komm, lauf, lauf, lauf. Lecki, leck, leck. Horuck. Wie sind nirgendwo Kühe oder Schafe oder sonst irgendwas? Es gibt nichts. Es würde eh nicht viel helfen, weil ich ja eigentlich Weizen bräuchte, um zu vermehren. Vermehren. Zum Kinderkriegen brauchst du Weizen. So. So, irgendwo hier müssen wir freckt sein. Oh, lästig. Noch ein Stück da hinten, glaube ich. Blaue Blüten, blaue Blumen. Blaue Ranken. Hm? Ah, ich sehe meinen Grabstein nicht mehr. Der ist weg. Grabstein? Hallo? Scheiße, wo bin ich denn lang? Ah, da drüben. Der leuchtet gar nicht. Das ist Betrug. Du Kerl, warum leuchtest du nicht? Das ist nicht fein. So, wieder umsortieren. So ein Dreck. Kannst du nicht an deiner Lehmrüstung knabbern, damit ich weiß, dass du hungrig bist? Kacke. Mann, ey. Ich bin so doof. So, Schaufel, Schaufel. Die Angel. Dann die verschiedenen Rankentypen. Haben wir genug zum Essen dabei. Aber ich vergiss immer drauf. Immer. Naja. Das ist echt eine Krankheit schon bei mir. Ein leidiges Thema. So. Mach voll. Wir müssen dann eh wieder zurück. Na, super eh. Also, knuspel weg den Dreck. Da. Und dann noch hier. Ja, jetzt wirst du wohl satt sein. Mädel. Echt. Hey. Hey, was vergessen noch? Ach so, die Rüstung. Mann, ey. Ich wundere mich schon, wo man nicht kaputt geht. So. Und so. Bitteschön. Jetzt hauen weg. So. Blumen nehmen wir mit. Ach, Gottchen. Schäfchen. Schäfchen. Überall Hühnchen, aber keine Schäfchen. Ich brauche mal ein Schaf. Schäfchen. Huh. Wo du sein? Für ein Bettchen. Für zwei wären cool. Oh je, jetzt wird es dunkel. Jetzt wäre vielleicht eine Fackel dann schon bald nicht schlecht. Und das Essen tue ich auch gleich mal daher. So. Eine Fackel. Jetzt wird es hell. Vielleicht sollte ich mir auch eine her tun. Mal so. vielleicht. Und so. Ich werde nie wieder heim finden. Nie wieder. Pff. Hm. So. Hm. Was haben wir da? Blümchen, oder? Schwärzblume. Green Star. Mhm. Okay. Schäfchen. Schäfchen. Hallo. Schäfchen. Lecky, lecky, lecky. Schafi. Schäfchen. Was ist das? Schmetterlingsflieder. Aha. Schäfchen. Die Fackeln können wir dann mal bei passender Gelegenheit wieder weg tun. Orchidee. Orchidee. Oha. Ui, was haben wir denn da? Kürbisgarten. Blub, blub, blub. Wenigstens was zum Essen gefunden. Da haben wir nur Mohn und weit und breit leider, da haben wir Pilze. Weit und breit leider keine Schäfchen. Da ist ein Schäfchen. Hallo Schaf. Ja, hallo. Schnapp, schnapp. Danke. Es ist sehr freundlich, jetzt wird es dunkel. Und wir nehmen ihm sein warmes, kuscheliges Fell weg. Also, ja. Sehr nett. Sehr liebevoll Zocki, wirklich. Ui, Haikäfer. Schaf. Ein Schaf ist leider zu wenig. Da, Schafi. Schäfchen. Wie schaut es mit Essen aus? Ja, wir haben wieder Hunger. Jam, jam. Passt. Schäfchen. Komm her. Hallo. Am Baum war eins. Wie komme ich jetzt auf den Baum rauf? Am besten klettern, ne? Ui, 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 es leckt. Die Welt lädt gerade so stark. Schäfchen. Komm doch mal runter. Ja, du Medu. Äh. Ich hab ja gerade gerade einen Creeper rübergesprungen. Die können doch gar nicht springen, oder? Pff. Hm? Das ist ja gerade so komisch ausgeschaut. Das Laub. Schaf. Hallo, Schaf. Na, Schaf? Alles gut, Schaf? Hallo, Schäfchen. Hallo. Danke für deine Wolle. Und du auch? Du kriegst einen flotten Haarschnitt. Schau mal. Boah, schaust du jetzt wieder Fisch aus. Ich danke euch, meine Lieben. So, wir brauchen jetzt nur noch Holz. Wofür ich gar keinen Platz mehr hab. Seh ich grad. Hi. Haha. Hihi. Haha. Nicht gut. Pff. Ich könnte aber was essen. Die Beeren da zum Beispiel. Schmako. Achso, genau. So, wir sind noch nicht hungrig genug. Ähm, ähm, ähm. Und dann könnten wir einen Baum schlachten. Oder zumindest hier, das da machen wir weg. Aber da waren Pilz oben, ne? Da könnten theoretisch wieder Pilze wachsen. Das sollte ich vielleicht stehen lassen. Dann nehmen wir halt den da. Ist ja wurscht, oder? Hauen wir den weg. So. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. So, blub, 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 blub. Ja, natürlich. Das würde eigentlich schon reichen. Bitte, ich möchte essen. Mäh. Dann wärmer, wärmer, wärmer. Ich denke, wir werden einmal Brompergelee verfüttern. Warte mal ganz kurz. Wenn wir wieder hungrig sind. Inzwischen hauen wir hier einfach weiter stur drauf rum. Dann kriegen wir sicher wieder Hunger. So, dadab, dadada. Ups. Und dadab, dadada. Schwuppdiwupp. So. Schäfchen hat was gegessen. Und hat jetzt wieder Wolle, ne? Hihihi, haha. Könnte man eigentlich schon wieder... Schäfchen. Lass dich schieren. Wo bist du denn? Schäfchen? Hallo? Wo ist das jetzt hin? Schaf? Schaf ist weg. Der will sich seine Wolle nicht wieder klauen lassen. Ach, schade. Pff. So, kann ich schon essen? Au, 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 au. So viel zu essen. Nein, ich will das Schwert haben. Neh, halt, die Schaufel, ich hab die Schaufel weg. Au, au, au. Neh, ich will nicht einmal das Schwert haben, verstehst? So, das war ich mit dir. Du Dreckskelett, du dreckiges. So, dafür kann ich jetzt das Ding essen. So, passt auch. Ich hab die Schaufel weggeschmissen. Ups. Naja, ähm, ich hab überhaupt für nix Platz. Für gar nix Platz. Ich glaub, ich hab die Blumen... Was, dass ich jetzt die Blumen mal an. So, warte kurz. Schaufel, du musst weg. Ich mach die Blumen wieder weg. Ich glaub, alle beide. So. So. Und jetzt haben wir wieder Platz. So, Schaufel, komm her. Äh, wie viel Platz? Ich schwirr, um zu Platz weg. Krass. Ähm. So kann ich nicht arbeiten. Oje. Da kommt ein Zombie. Ich höre. Wo bist du denn? Mistviech. Ich höre dich. Vielleicht soll ich auch einfach mal zurückgehen. Aber ich könnte noch ein Reisebettchen gebrauchen. Das heißt, die Schäfchen müssten noch mal so nett sein und mir noch mal... Äh, drei... Dingens geben. Mee. Mee, Schaf, Mee. Mee, Schaf, Mee. Aber ich glaub, die Schäfchen haben keinen Bock mehr, mir ihre Wolle zu geben. Mee. Die essen auch gar nicht. Vielleicht überleben wir ja die Nacht. Vielleicht ist am nächsten Tag besser. Wie gesagt, zwei Wolle würde ich noch mitnehmen. Dann können wir zwei Bettchen machen. Eins für die Reise und eines für zu Hause. Ja, genau. Und dann wäre halt irgendwie... Kühe wäre nicht schlecht. Beziehungsweise Weizen als allererstes. Und was bist du für ein Hängedingens? Ein Moos. Aha. Das Moos würde sich aber auch gut machen im Sumpf, oder? Ich hab keinen Platz mehr, glaub ich. Schäfchen. Isst mal was. Wo das eine hin ist, das bereits... Ähm... Das bereits sein Gras gefuttert hat. Mach da mal ganz viel hell. Oh, Spinne. Ich hau dich mit der Fackel weg. Du Mistfich. Zombie. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's geschafft. Au. 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 Wieso, bin ich jetzt schon wieder hin? Ah. Ich hätte das Bett bauen sollen, ich Idiot. Mann, ey. Fackel macht keinen Schaden. Ja. Mist. Und der Part ist auch gleich zu Ende. Das hab ich heute wieder super hinbekommen. Echt. Ich hab auf den Hunger geschaut, statt auf mein Leben. Wieder mal. Es ist ja ganz toll. Au. Den Zombie hab ich nicht gesehen, zu meiner Verteidigung. Ja, da hinten ist wieder ein Knochen, Maxi. Ach, scheißen Dreck. Ich freu mich schon, wenn wir weiterziehen. Das krieg ich niemals gebacken. Pff. Das kann ich mir abschminken. Hühnchen. Hallo. Hast du vielleicht ein Frühstücksei für mich? Ich könnte es nämlich nicht mal tragen, ehrlich gesagt. So, hier hüpf, hier hüpf, hier hüpf. Dann hier hüpf. Dann da hüpf. So, und weiter. Mann, 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 Mann. Natürlich ist da ein Skelett. Der wird mich gleich abballern. Oder auch nicht. Schau, Zucker. Boah, den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Zucker brauche ich auf alle Fälle. Hühnchen. Ich dachte schon, das wäre wieder eine Spinne. Blub. Und. Oh. Ach. Lecky, leck, leck. Ich muss gleich wieder laden. Dann ist es besser. Okay. Was haben wir da? Das sind nur Blümchen, ne? Ja. So, mal Spiree. So, la, 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 la. Das ist eigentlich die falsche Stufe. Ich hätte weiter drüber rüber gemusst. Aber vielleicht kommen wir so auch ans Ziel. Hüpf, 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 hüpf. Boah, hoffentlich finde ich jetzt meinen Grabstein wieder an. So. Da er ja nicht leuchten will. Dieser Ding. Dieses Ding da. So. Ich glaube, das war hier irgendwo. Ich glaube, das war da irgendwo. Ich glaube, das ist hier irgendwo. Boah, langsam. Tup, 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 tup. Das war beim Wasser. Boah. Au. Ich bring mich gleich selber wieder um. Das war hier drüben irgendwo. Das sind die Fackeln. Das kann nicht ganz verkehrt sein. So. La, 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 Baum. Jawohl. Erzähl mir auch mal was. Bist du Weizen? Na, du bist Gras. Löwenzahn. Hm. Das ist der Nachteil, wenn es hell ist, dann sieht man die Fackeln nicht mehr so gut. Mist. Ah, dieser Grabstein. Wo leuchtet der irgendwo? Sieht man ihn? Nein, ne? Ach, caramba. Warte mal. Ähm, ich versuche den Shader nochmal neu zu laden. Vielleicht nehme ich mal... Warte. Na, das passt ja so. Hallo. Ah, da ist er. Oder? Hat sie mir jetzt gerade so danach ausgeschaut? Ne. Ist da oben eine Kuh? Ich glaube, das ist eine Kuh. Kühe. Das sind Kühe. Ach, wie schön. Aber ich vermisse trotzdem. Ich brauche meinen Grabstein. Ich brauche meine Sachen, die ich gefunden habe. Sonst werde ich gleich wieder sterben, weil ich verhungerend tue. Verhungerend tue. Ja, ich habe keine Schere. Dreck, Dreck, Dreck. Da. Da leuchtet er. Mein Steingrab. Mein Steingrab. Komm her, Steingrab. Boah. Halt langsam. Hier bin ich irgendwo freckt. Da rüben. Mäh. Grabstein? Da ist er. Ach, du Heilige. So. Kriege ich das jetzt mal besser hin? Herrschaftszeiten? Nope. Danke für die Zuversicht. Äh, gerne. Ach, Menno. Orange und Weinrot und Kürbis und Schnippschnapp und Schwert. Mann, ey. Es wäre auch schön, wenn die Schaufel jetzt kaputt gehen würde. Ah, meine Rüstung ist hin. Alles klar. Ja. Gott sei Dank gehen die Dinger da nicht mehr kaputt, ey. Das war früher ja ganz schlimm. Ähm. So. was und dann habe ich eh wieder Platz. Ich räume das jetzt einfach irgendwie ganz durcheinander ein. Hauptsache, wir werden hier mal fertig. So, essen. Die Spanmattel. So. Weg mit dem Gelee. Jam, jam. So, dann hat die Leiter auch noch Platz. Super. Und jetzt können wir den wieder weghauen. Super. Ja, weg damit. Passt. So, eine Schere. Irgendwo gibt es Schäfchen. Was haben wir da noch? Ach so, das war hier. Okay. Das sind keine Fruchtsträucher, ne? Nein. Wieder ein Flieder. Haben wir da hinten vielleicht Reis? Na, das schaut nicht aus wie Reis. No. Mist. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das was, äh, zum Futtern. Wassersalat. Was ist ein Wassersalat? Habe ich es kaputt gemacht? Also, ich kann es nicht aufheben, ne? Dann essen wir noch die Beere weg. Okay, das mache ich kaputt. Ich versuche es mal zu schneiden. Aufschwimmend. Ist tatsächlich Nahrung? Wassersalat. Aha. Wassersalat. Okay, Sachen gibt es. Vielleicht kann man diesen Wassersalat ja für unseren, äh, Früchte-Salat noch verwenden. Das wäre ja cool. Wo ist es hin? Hä? Habe ich schon aufgesammelt? Schaut aus. Okay. So. Dann noch schnell. Uff. Was bist du? Silberölweide. Aha. Na, äh, Schäfchen wollte ich noch scheren. Schafi. Oh, der Part. Oh mein Gott. Überlänge. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich mache schon Schluss. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.